Hallo, Papa. Na, das ist eine Überraschung, hm? Und jetzt sag nicht, dass es ein schlechter Einfall ist. Ich will dir nämlich zeigen, wie es mir geht. Also, mir geht es großartig. Ich bin fabelhaft untergekommen. Das Zimmer, was du siehst, in dem wohne ich. Und jetzt stehe ich hier erstmal. Und sag dir Dankeschön. Dass du mir erlaubt hast, nach München zu gehen. Ich weiß noch nicht, dass du große Angst gehabt hast, dass ich hier verloren gehen könnte. Aber ich sag's dir gleich. München und ich haben sich gesucht und gefunden.